Das ist ein richtiger Weg, aber wir eben sagen, ja, gibt es ein Weg. Die Eckeball, hallo! 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 Ja, jetzt! Oh! Die Eckeball, hallo! Die Eckeball, hallo! Die Eckeball, hallo! Die Eckeball, hallo! Das war's für heute. Das müsste ja mal eine der Ecken reingehen langsam. Hoffentlich geht der jetzt rein. Einmal so fettvoll jetzt den Torwart weckerholen. Jetzt geht es gut. Ja! 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 Sechse! Drecke? Das kriegen wir ja nicht. Ja! Da geh ich ins Bett, weil da um sechs, um bis in fünfmal stehen, dann hab ich da nur noch was besser geworden. Bauen wir mal, was hast du gemacht? Bauen wir mal, was hast du gemacht? Gute! 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 Ja, ne? Gute! Wie wir heißen sind. Gewohnen da hab ich zu dem gesagt. Ich hab' meinen Kollegen so mal eine Kaffee vom Klopas-Montion durchgeschickt. Ich hab' meinen Kraft, dass er von Fläsch... Die hat sogar bei uns zurückgeblungen. Darauf hat er hier. Aber Fläsch in der Kaffee, das hab ich wirklich nicht. Ich bin so blau. Ja, ich guck mal, ich weiß nicht, ob der Ekonomisch vielleicht sehr vieler Säule ist. Wir sehen dich. Mach den rein! Ohhhh! Ohhhh! Nummer 5 hat sich noch nicht gemeldet. Nummer 5 für den Vordergrund. Nummer 4 Nummer 5 Nummer 5 Nummer 6 Nummer 5 Nummer 5 Was ist das denn? ... Applaus Schuss! Nimm kurz. Keiner will hier sehen. Wie kann man die denn so frei stehen lassen? Das kommt zum nächsten Tag. Sie ist komm. Ooooo! Ja! 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 Die 60. Spielminute, Tor für unsere Mannschaft, Tor für den WSV! Und hier ist unser Torschütze, präsentiert von MKA. Unsere Nummer 4, Robert! Wir haben heute einen Spielstand. Bis froh! Für die Tolke! Danke! Stimmt, das war nicht ganz, aber der Fußballschutz hat. Neuer Rekord in dieser Saison. Die Weltbevölkerung sitzt hier. Ja, jetzt warten wir, weil wir uns nicht gestimmt haben. Wenn wir die Karte gemerkt haben. Bitte. 2-0! Jawohl! Jaaa! Oh, wie macht er? Er hat gar kein D, er hat kein Geidel. Der fahrt eh schon. Immer, nimm ihn direkt. Glühwürmchen. Na ja, komm durch die Strahler wahrscheinlich. Ja ja. Wär jetzt lustig, wenn dann schaffen wir. So ein Schatten. Was? Manche der Dominik mal im Buch, boah die Glatze vom Knapp mal blendet voll. Scheiße. Scheiße. Abgefütteln. 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 Naja, ob das ein schlechtes Zeichen ist? Ich bin überflucht. Es sind noch Tore. Ja, was war das? Ich krieg's nicht mehr. Ach, ach, ach! Du denkst halt, das zieh dich! Ja, hallo! Da haben sie zu früh gefreut. Die neunzigste Spielminute, Tor für unsere Mannschaft, Tor für den WS2. Hier ist der Torschütze, präsentiert von Emerson, unser Nummer neun, Christian, für den neuen Spielstand, WSV, Viktoria Köln. Null! Danke! Vielen Dank!